Gesund dank Taurin? In diesem Video erfährst du alles über Taurin, wie es auf den Körper wirkt und wie du es für dich nutzen kannst. Ganz spannend sind eben auch die Studien, die zeigen, dass es sogar die Langlebigkeit fördert. Also, bleib dran, gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal, wenn dich solche Themen interessieren. Ja, ich habe hier versucht, dir das Wesentliche auf den Punkt zu bringen von dem, was ich hier recherchieren konnte. Also, bei Taurin handelt es sich um die Aminosyphonsäure, ein Abbauprodukt aus den Aminosäuren Methionin und Cystein. Also, insofern kann der Körper es selbst herstellen, es kann aber auch zugeführt werden. Das bedeutet, es handelt sich dabei um einen semi-essentiellen Mikronährstoff. So, der Körper bildet diesen Stoff eben selbst, ungefähr 125 Milligramm am Tag und ungefähr 400 Milligramm werden über die Nahrung aufgenommen. Gleichzeitig verbleibt auch etwas im Körper, sodass hier ein gesunder Mensch mit 70 Kilo auch ungefähr 70 Gramm Taurin im Körper hat. Und wo findet sich das Ganze? Und das ist wirklich spannend. Es ist insbesondere im Gehirn, in den Muskelzellen, im Herzen und in den Augen zu finden. Also, ganz wesentliche Organe, die natürlich auch einen Einfluss auf die Gesundheit haben. Ganz wichtig ist auch die Erkenntnis, dass körperliche Bewegung den Taurin-Spiegel beeinflusst. Also, je mehr körperliche Bewegung, desto mehr Taurin. Was bewirkt Taurin? Unten ist dieser Artikel verlinkt, also wenn du selbst mal reinschauen möchtest, ist die Quelle für dich aufrufbar. Taurin übernimmt einige wichtige Funktionen im Körper, wobei noch nicht alle biochemischen Effekte erforscht sind. Zu den nachgewiesenen Wirkungen von Taurin gehört die Bildung von sogenannten Gallensäuren-Kongugationen. Damit ist Taurin an der Fettverdauung beteiligt. Der Stoff wird an die in der Leber hergestellten Gallensäuren gekoppelt und verbessert so deren Löslichkeit. Die gelösten Gallensäuren gehen im Dünndarm eine Verbindung mit Nahrungsfetten ein, sodass diese ins Blut aufgenommen werden können. Folgende Wirkung hat Taurin im Körper außerdem. Taurin spielt eine Rolle bei der Entwicklung des zentralen Nervensystems, sowie bei Signalübertragung im Gehirn. Taurin leistet einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von der Funktionsfähigkeit der Augen, genauer gesagt der Netzhautretina. Auch trägt es zur Herzfunktion bei, dass Taurin antirhythmatisch wirkt. Das bedeutet, Taurin reguliert den Herzschlag und sorgt so für ein regelmäßiges Schlagen des Herzens. Taurin hat darüber hinaus eine antioxidative Wirkung, denn es schützt das Gewebe vor zellschädigenden, freien Radikalen. In T-Versuchen konnte außerdem ein entzündungshemmender Effekt von Taurin festgestellt werden. Auch geben Studien Hinweise darauf, dass Taurin den Blutzucker sowie Cholesterinspiegel senkt. Eindeutig geklärt ist es jedoch noch nicht. Taurin wirkt im Körper nicht, wie oftmals angenommen, anregend oder munter machen. Im Gegenteil, der Stoff hat in hohen Dosen einen beruhigenden und krampflösenden Effekt. Darüber hinaus könnte Taurin eine Rolle bei Alterungsprozessen spielen. Ein Mangel in jungen Jahren könnte im Alter Störungen der Muskel- und Augenfunktionen sowie des Zentralnervensystems begünstigen. Tierversuche deuten darauf hin, dass durch die zusätzliche Gabe von Taurin ab einem mittleren Lebensalter die Gesundheit im Alter verbessern und das Leben verlängert werden könnte. Ja, das ist der Artikel im Science Magazin, der jetzt vor kurzem erschienen ist. Und ja, Taurin, Mangel als ein treibender Faktor bei der Alterung. Das ist sozusagen hier frei übersetzt der Titel. Ich möchte nicht durch die ganze Studie gehen, aber drei Sätze sind wirklich wichtig. Und zwar die Gabe von Taurin hat die wesentlichen Marker für das Altern, wie zum Beispiel DNA, Schädigungen, Telomerase, Mangel bzw. auch die mitochondrale Funktion der Mitochondrien, der Kraftwerke der Zellen, einfach aufrechterhalten und beschleunigt. Bei Menschen zeigt sich, dass ein Mangel an Taurin mit diesen altersbedingten Krankheiten ganz eng zusammenhängt. Zum Zweiten ist wichtig, dass eine hohe Konzentration von Taurin mit einer erhöhten Stoffwechselrate einhergeht, aber auch das in Verbindung mit Sport ganz, ganz wesentlich beeinflusst werden kann. Die Gabe von Taurin hat die Lebensspanne von Mäusen erhöht und zudem das Gesundheitsniveau von Affen verbessert. Also ganz wesentliche Erkenntnisse und da möchte ich dir noch eine Grafik zeigen. Hier noch eine Grafik aus dieser Studie. Das heißt, insbesondere spannend ist zu sehen, dass die Gesundheitsspanne gemessen werden kann, zum Beispiel mit dem Immunsystem. Auch das Gehirn, was hier profitiert, genauso die Knochendichte, das insgesamte Energieniveau, aber auch gleichzeitig der Rückgang von Fett, wie wir schon gelernt haben. Der Metabolismus wird angeregt, damit auch die Fettverbrennung. Also ganz, ganz wesentliche Elemente, die hier als Effekt sichtbar werden. In dieser Grafik findest du nochmal einen ganz, ganz spannenden Hinweis auf den Zusammenhang zwischen bestimmten Krankheiten und Taurin. Deswegen kann sogar Taurin in manchen Fällen als Marker dienen, als zusätzlicher Marker für die Wahrscheinlichkeit bestimmter Krankheiten. So, zum Zweiten geht es hier um die Frage, was macht denn Sport mit dem Taurin? Und siehe da, bei den meisten wird das Taurin-Level erhöht, wenn sie sportlich aktiv sind. Also bei normalen Leuten, die sonst keinen Sport machen, aber auch bei den Leuten, die Bodybuilding machen, genauso wie bei den Leuten, die als Ausdauersportler aktiv sind. Also sehr, sehr spannende Erkenntnisse. Sport treibt den Taurin-Spiegel nach oben. Und das kann natürlich sehr positiv sein. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, wie kann ich selbst Taurin für mich nutzen, um diesen Effekt auch für mich wahrzunehmen. Und da gibt es ein paar natürliche Taurin-Quellen, die du für dich wirklich einfach anwenden kannst. Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, Eier, Milchprodukte. Das heißt, da ist Taurin enthalten. Veganer gehen nun leider leer aus bei dieser Auflistung, aber deswegen ist die Supplementierung so interessant. Ja, hier findest du nochmal einen Hinweis zur Dosierung. Und zwar empfiehlt die Europäische Lebenssicherheitsbehörde, die EFSA, ungefähr 100 mg Taurin pro kg Körpergewicht. Ja, eine Aufnahme der täglichen Aufnahme gleichzeitig, wenn man jetzt die Schätzung mal hochrechnet, nehmen wir, ohne darauf zu achten, bis zu 400 mg Taurin täglich auf. Also insofern siehst du, wie schon die Einschätzung der Lebensmittelbehörde vielleicht gar nicht immer der realistischen Einnahme entspricht. Deswegen gibt es auch die Frage, wann wird es denn kritisch? Gibt es eine Überdosierung? Und da zeigt sich, dass selbst Gaben von 3000 mg am Tag noch keine Probleme erzeugt haben. Das muss man natürlich nicht unbedingt ausreizen, aber das zeigt dir, du kannst ganz gelassen auch Supplements nehmen, die über das tägliche Niveau, was man normalerweise dazu nicht nehmen würde, etwas hinausgehen. Das natürlich immer mit Bedacht, aber du siehst, anhand der aktuellen Erkenntnisse scheint sich da jetzt keine große Problemlage aufzumachen. Wichtig ist auch, Taurin, synthetisch hergestellt, ist wiederum vegan. Das heißt, auch da für die Leute, die da Interesse haben, das nochmal für sich zu nutzen als tierfreie Alternative, ist das eben auch eine Möglichkeit, nicht auf diese Lebensmittel zuzugreifen, sondern dann auf Supplement. Jetzt nur noch Energydrinks ist die Frage. Also natürlich hast du jetzt mit den Energydrinks einfach ein hohes Niveau an Taurin, was du jetzt flüssig zu dir nehmen kannst. Und ja, da gibt es natürlich auch ein paar messbare Effekte, aber gleichzeitig hast du die Kombi aus Zucker, Koffein und dann noch Taurin. Im schlimmsten Fall, wenn du das noch sozusagen als Energydrink mit Alkohol kombinierst am Wochenende, wird da noch der Effekt komplizierter und negativer. Deswegen ganz wichtig, Energydrinks sind hier nicht die Lösung. Ja, also das heißt, ich würde dir nicht empfehlen, jetzt alles auf die Energydrinkkarte zu setzen, sondern ganz praktisch für dich zu überlegen, brauche ich vielleicht ein paar Supplements, um meine Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, zu schauen, ob ich auch insbesondere mit Sport mein Level automatisch natürlich erhöhen kann und zum Zweiten noch einen Beitrag leisten kann mit Supplements. Das wäre aus meiner Sicht eine bessere Möglichkeit, als jetzt einfach nur noch Energydrinks zu sich zu nehmen. Spannend fand ich auch, dass es seit 2013 eine Verordnung gibt, die maximal 4000 Milligramm Taurin pro Liter als Limit festsetzt. Und ja, einige Marken haben sich da tatsächlich auch entsprechend neu orientieren müssen. Also insofern mal ganz spannend zu sehen, was man da auch bei den Regulationen wiederfindet. Spannend finde ich noch diese Passage, und zwar, wie wurde denn Taurin überhaupt entdeckt? 1927 haben die zwei deutschen Chemiker, Leopold Gmenlin und Friedrich Tiedemann, tatsächlich in der geilen Flüssigkeit von Ochsen diesen Stoff nachgewiesen und isoliert. So, und deswegen kommt die Verbindung Taurin namentlich, gar nicht von ungefähr. Taurus ist natürlich der Stier, und wenn es sozusagen jetzt um den Ursprung geht, ist das die Quelle. Wohlgemerkt, heute muss es nicht mehr aus dem Stier kommen, glücklicherweise. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, das synthetisch herzustellen. Deswegen, ja, spannende Erkenntnisse. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du das schon wusstest, oder ob du Taurin schon ganz bewusst für dich nutzt. Allerbesten Dank für deine Rückmeldung, ich freue mich über deinen Kommentar. Danke fürs Abo und das Like, und bis bald. Danke fürs Abo und das Like.